Wird Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com. Wir vernetzen private Vermieter. Der Name sagt ja schon, Messe Neuheit. Was steckt denn in dieser Anlage? In dieser Anlage ein neues Produkt der Firma ETH Heiztechnik, eine neue Ausrichtung. Wir sprechen heutzutage viel über Brennwerttechnik, wo sich natürlich der Betreiber Einsparungen erhofft. Das gab es viel bei Öl und Gas. Dort darf auch nichts anderes mehr eingebaut werden. Wir sind auch diesen Weg gegangen, um im Neubaubereich dieses Segment abdecken zu können mit dem neuen Brennwertkessel im Pelletbereich. Wollen wir mal öffnen und mal reingucken? Gerne. Wir haben vorne eine schöne Verkleidungstür und hinter dieser Tür sehen wir dann auch auf einen Blick die grafisch dargestellte Regelung. Einfache Bedienung der Kesselsteuerung. Bilder sagen mehr wie viele, viele geschriebene Wörter, dass der Kunde sich schnell zurechtfindet und auch die Anlage einfach bedienen kann. Die Kessel arbeiten immer mit einem Saugsystem, sprich sind mit einem Tagesbehälter ausgestattet, sodass ich nur einmal am Tag den Bedarf in diesen Kessel hineinsauge, wo der Kessel dann die Wärme produziert und dann auf das zentrale System verteilt. Welche Zielgruppe sprecht ihr mit eurem System speziell an? Mit unserem System sprechen wir natürlich ganz klar den Hausbesitzer an, aber auch die Industriebetriebe, die natürlich in der heutigen Zeit auch von ihren Betriebskosten, Einsparungen irgendwo erwarten oder auf regenerative Energie umsiedeln wollen. Kann ich so eine Anlage bei mir im Haus nachrüsten? Im Bestand ist es so, dass teilweise bestehende Ölanlagen drin sind, wo natürlich dann auch irgendwo ein Öltanklager ist oder eben halt eine Gasanlage. Und wir wissen alle, bei einer Gasanlage habe ich keine Lagerfläche für meinen Brennstoff, weil es direkt in die Anlage eingeführt wird. Das heißt, man muss dann schon mit dem Fachhandwerker, die natürlich uns als Gebietsvertretung gerne in Anspruch nehmen, und mal vor Ort einen Termin vereinbaren, sich die Möglichkeiten überhaupt erst einmal anschauen und dann auch wirklich das passende System für den Kunden zu finden. Wurde Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel Mit ortsüblichen Vergleichsmieten www.mietspiegel.com Wir vernetzen private Vermieter ISHW Gemeinsam stark Bis zum nächsten Mal §